Was geht, was geht, was geht, YouTube? Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Bloodstained Ritual of the Night. In einem neuen Look, ihr seht es, ihr wisst, ich bin überwiegend auf Twitch unterwegs und dementsprechend werdet ihr jetzt auch immer das Twitch-Overlay bekommen. Ist einfach für mich schöner, finde ich, gerade weil ich viel streame und der Stream-Chat dann ein bisschen außerhalb ist und nicht das Spielbild beeinträchtigt. Ich denke, es ist trotzdem noch groß genug, das Spielbild, für euch. Ja, heute am Mittwoch zocken wir wieder eine Runde. Ich glaube, es wird recht ruhig heute im Stream, aber das macht nichts. Ich möchte einfach mal wieder ein bisschen gucken, was hier so geht in Bloodstained, da ich lange nicht gezockt habe. Und ja, wir schauen mal. Ich weiß noch, ich bin zuletzt irgendwo in der verboten Wasserstraße gewesen. Aber mehr weiß ich auch tatsächlich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. War das hier oder was wird... Ich glaube, hier war es, oder? Denn wir hatten jetzt ja zuletzt dieses Add-on, dieses Upgrade gekriegt, dass wir... ...dass wir unter Wasser schwimmen können. Die Scherbe, und zwar war das die... ...Aquastrom, genau. Genau, der Aquastrom, der auch unter Wasser keine... ...Mana frisst. Dementsprechend wollen wir mal sehen, was uns das jetzt weiterhilft. Dick-Mobs am Start hier. So, mal gucken. Eine blaue Kiste. Wo geht's hier nach oben? Geht immer weiter nach oben. Okay, krass. Ja, moin. Auge des Detektivs macht unsichtbare Wände sichtbar. Nice. Gebratener Fisch. Nicht zu verwechseln mit gefehlten Fisch. Und Stahlblitz, eine neue Waffe. Okay, wir schauen mal nach. Uh, sexy. Die probieren wir doch erstmal aus, ein bisschen, würde ich sagen. Müssen wir uns wahrscheinlich erstmal daran gewöhnen, dass die ein bisschen langsamer ist. Oh, aber die haut gleich zweimal rein. Sehe ich das richtig? Ja, macht auf jeden Fall gut Damage. Haben wir denn nicht noch irgendwie... ...Schwertkönnen steigert. Einhändiges Schwert an können. Schnittwiderstand, Schlagwiderstand, Donnerwiderstand. Ähm. Einhändiges Schwert. Nun wird das erstmal... Ist ja im Grunde auch eher nur so semi-wichtig tatsächlich. Okay, so lahm ist die aber gar nicht, die Waffe. Also da habe ich jetzt mit... ...mit weniger gerechnet. Mit weniger Tempo. Boah, lol. Joah, nice. Also bisher... Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt ein bisschen anfälliger sind. Okay, hier kommen wir aber nicht hoch. Das heißt für mich jetzt aber im Umkehrschloss, wir müssen... ...dort weitermachen, oder? Kritisch. Würde ich sagen, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Und schauen mal, was da so abgeht. Ich bin hier spannend. Ist das eigentlich... Ich wirke so hell irgendwie, aber das ist, weil das Bild so hell ist. Alter. Okay, wie habe ich das gemacht? Ich bin hier, aber das Bild so hell ist, weil das Bild so hell ist. Achso, das war die Geschichte. Genau, können wir ja nicht machen, weil wir nicht gehen können unter Wasser. Können wir denn unter Wasser die Scherbe wechseln und auf den Reflektorstrahl gehen? Den konnten wir nicht unter Wasser benutzen, oder? Okay. Cool, dann weiß ich schon wieder nicht mehr, wo es weitergeht. Yay! Ähm. Dort vielleicht? Finden wir es heraus, Freunde. Und dann types der Scherbe jetzt für die Scherbe. Oh, was Scherbe. Das ist wie Scherbe. Sie hat sich für die Scherbe. Das ist wie Scherbe. Die Scherbe. Die Scherbe. Warum? Die Scherbe. Sollen wir schon die Kohle einsammeln, natürlich. Ähm, ja. Dort? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Und wir werden uns mal einen Trunk genehmigen. Okay, vielleicht auch zwei, drei. Die bringen halt gar nichts mehr, ne? Oh. Gott. Äh, ja. Okay, hier geht's weiter offensichtlich. Oh, Mann. Hey, der Witzker. Alter. 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 Okay, ähm. Müssen echt mal langsam ein bisschen aufpassen. Cool. So. Hier scheint es aber auf jeden Fall weiter zu gehen. Boah, Alter. So, was haben wir denn hier? Ich führe mit einem einzigen Atemzug drei Schläge aus. Okay. Mehr gibt's hier nicht? Tatsächlich. So, rechts, links. Safe-Raum. Oh, großartig. Fortschritt speichern. Natürlich. So, und dann geht's hier scheinbar rechts weiter. Ich bin hier gespannt. Äh? Na nun? Kein? Bis wohin geht denn der? Was ist das? Da kommen wir nicht durch. Okay. Oh, und hier ist ne Boss-Tür. Okay, dann gucken wir erstmal da unten. Obwohl, ne, bevor wir viel erkunden, wir gehen erstmal zum Boss, würde ich sagen, oder? Dann mach ich mal... Äh, was hatten wir hier immer? Ne, doch, kätzerischer Schleifer war das. Oh, du willst mich besuchen? Ekel, Alfred. Miriam, was machst du hier? Ich möchte dich das gleiche fragen. Ich habe dich gefordert, um dieses Ort zu verlassen. Ich kann nicht. Ich habe Jeebel meine Worte gegeben. Und ich will es halten. Bitte, als ob. Oh, ja, lol. Ich weiß halt nicht, was er für... Okay, auf jeden Fall witzig inszenierter Kampf. Ich muss ein bisschen die... AP im Auge behalten. Oha. Der haut ordentlich rein. Oha, Alter. Oh, nein! Ja, ich habe es doch gerade noch gesehen. Ach. Miese. Eiei, 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 ähm... Okay, das ist nicht ganz so einfach scheinbar. Nun. Aber die kriegen wir hin. Wäre ja gelacht. Das wäre doch alles hier. Lacht wäre das doch. Oha. Vielleicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht sollten wir auch lieber auf unsere... Schnelle Waffe gehen. Was haben wir denn noch für Scherben? Aquastrom ist ja doof, ne? Ich weiß halt auch nicht, gegen was er allergisch ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben allerdings auch nicht viel, was wir... Das könnte vielleicht ganz cool sein, ne? Aber wir gucken das... Wir gucken mit dem. Ja. Wäre doch gelacht, wenn wir Ekel Alfred nicht besiegt kriegen. Nein, höre noch. So. Ach ja. Boah, der... Okay, das haut echt rein. Wo soll er denn jetzt da sein? Oh, nein. Okay. Das war's für heute. Äh... Super, äh, tsch! Boah, was macht er denn jetzt? Alter, was ist das? Ich hab halt keine Ahnung, was das hier für ein Scheiß ist. Ich hab Angst, da reinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Boah, ich bin steinhandel, das gibt's noch nicht. Boah, Alter. Okay. Oh, ow, 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 ow. Au. Äh, gegen Gift. Heiltrank. Oh, wir haben nicht mehr viel, Freunde. Oh, nein, 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 nein. Oh oh. Wir haben halt nix mehr zum Heilen, Freunde. Wir müssen so einen Reißball reinknüppeln. Okay, wir haben doch noch ein bisschen was zu heilen. Okay, wir müssen so einen Reißball reinknüppeln. Wir beginnen mit dem. Yes! Diese Kraft, die du hast, ist noch größer, als ich dachte. Ich muss zurückkommen, das Buch. Das wird niemals passieren. Ich muss es passieren. Ich habe zu lange warten, für diese Chance. Unsere Last Chance. Sehr gut, Freunde. Da ist Alfred Geschichte, würde ich sagen. Ach, und jetzt ist das hier auch auf. Okay. Okay, wir werden aber vorher... Und ich bleib bei dem Schirm, das ist uns alles nix. Äh, wir werden vorher auf jeden Fall speichern. Ich hoffe, wir weitergehen. So, das haben wir. Das ist nämlich einmal komplett gehealt. Ich denke mal nicht, dass wir gleich wieder auf den Endboss treffen werden. Und dann können wir hier oben jetzt die Gänge mal so ein bisschen durchforsten. Oh! Dich habe ich ja gar nicht gesehen, du kleiner Lump, ey. Ein Kristall. Ist das nicht dieser Comedian? So. Und ganz offensichtlich geht es hier natürlich weiter. Was haben wir hier? Eine neue Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit. Bleigewicht. Du sinkst im Wasser, sodass du den Bereich unter der Wasseroberfläche erkunden kannst. Genau das habe ich doch gesucht, Freunde. Genau das habe ich gesucht. Coolio. So. Soll heißen, wir können jetzt... Nein, falsch. Dort hinten die ganze Kisten endlich öffnen. Ja, ja. Dann geht es dahin jetzt. Haben wir da einen Save-Punkt? Ich weiß es nicht. Ich speichere hier lieber nochmal. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Habe ich mir sagen lassen. Okay. So, hier werden wir mal ein bisschen... Obwohl wir werden gleich nochmal ins Dorf zu gehen. Ähm... Um... unsere Tränke aufzufüllen. Ja, ich glaube das ist eine tatsächlich recht gute Idee, dass wir unsere Tränke auffüllen. Weil ich weiß halt... Null, was uns erwartet. Er wartet. Alter, was hat er denn? Was hat er denn? Ich glaube dieses Stehlen ist ganz gut, oder? Wir kriegen erschreckend viele Items, glaube ich. So. So. Soll heißen, Appelsdorf. Boah, wir kriegen richtig viele Sachen, Freunde. Richtig viel Stuff. Boah, wir kriegen richtig viele Sachen, Freunde. Richtig viel Stuff. So. 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 Ja, wenn ich auf den Häusern entrungen habe. Yes, there is something else I need. Äh, die Frage ist natürlich, haben wir irgendeine schnelle Waffe, die mehr ist? Nee, ich glaube nicht. Oh, was ist das denn? Oha, 92 Damage. Heidenai. Habe ich die nicht schon gekauft, letztes Mal? Die Baskenmütze des Mutes? Ich will einfach mal ein bisschen behalten, je eine Scherbe noch. Is this right? Can I help you with something? Is this many thanks? Is this many thanks? Is this thank you? Is this right? Ne, Aquastrom behalten wir mal. So, können wir uns jetzt... Hm, was hatte ich denn eben ausgeguckt? Ging in der Klingel? Schwerter. 19.000. Ach, du heilige Klamotte. Da müssen wir noch ein bisschen was verkaufen, ne? Das ist ein Speer. Gefallen mir Speere. Weiß ich nicht. Ich bin ja bald ver... Versucht das... Ne, das war das nicht. Das war das. Das ist das WooFood. Hm. Hm. Ach, guck mal, den haben wir zweimal. Die haben wir zweimal. Den Ring haben wir zweimal. Bleiben wir die ganze Zeit auf unserem Kram sitzen. Achso, ich kann ja gucken, ob wir den Helm haben. War das die Baskenmütze des Mutes? War das die Baskenmütze des Mutes? War das die Baskenmütze des Mutes? Ja. Wieso habe ich die nicht ausgerüstet? Das weiß niemand außer mir. Gutes Reisendes? Guck, der ist sogar noch besser, der Gutes Reisenden. Cool. Na bitte. Das nix ist. Dat nix ist, Freunde. So. Ich esse immer gut. Können wir Scherben aufwerten? Irgendwelche, die wir nutzen. Nein. 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 Ach man, ich wollte doch noch hier. Fertigen. Kann ich hier irgendwas cooles fertigen vielleicht? Den Ritterharnisch kann ich fertigen. Oh, Kristallrüstung. Dunkelheit widerstehen. Aber das ist ja noch besser eigentlich, ne? Stachelbrustplatte. Nice. Ja, da haben wir doch wieder ein bisschen was machen können. Haben wir hier eine Waffe, die viel besser ist. Die ist besser. I'll go with this. Uh. Dojigiri. Gutes Katana. Vielleicht können wir das auch noch machen. Ähm. Also ich bin, ehrlich gesagt, mit der schieren Waffenflut, bin ich ein bisschen, was ist denn Ambivalenz? Das sieht ja merkwürdig aus. Ach, ne Peitsche, okay. Also mit der schieren Waffenflut hier bin ich echt ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Cool. So, Fortschritt speichern. Und ihr wisst, wo es jetzt weitergeht. Jetzt geht's nämlich wieder in die Tiefen. Aber diesmal können wir mit den Bleischungen ja tiefer hinab, beziehungsweise auch unten die Kisten öffnen. Und da war ja auch unter anderem eine goldene Kiste. Yes, yes, yes. Nämlich da war es. Ja, und ansonsten, da rechts geht's nicht weiter. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, genau da geht's weiter. Boah, Alter. Ich mich halt bei denen auch immer... Boah, Alter. Okay, das ist natürlich jetzt cool. Und wenn wir gleichzeitig noch den Aquastrom ausgewählt haben... Ähm... Dann hilft uns das natürlich ja ungemein weiter. Achso, okay. Wir können ganz normal schwimmen, quasi. Also durch einfaches Springen können wir hier so Super Mario-Style... Da bin ich ja bestens in Übung derzeit. Ähm... Einfach hier so rumbleiern im Wasser. Das ist ja klasse. Das ist schön gemacht. 2.000 haben wir. Nice. Wie sie einfach durch die Wand glitscht. Hm. So, müsste es hier jetzt auch nach oben hingehen. Was habe ich bekommen? Ich habe gar nicht gesehen, was ich bekommen habe. Ist egal. Das ist egal. Oder können wir die Scherbe halt nur im Stehen? Ist das... Ah, das ist das Ding. Wir können die nur im Stehen ausführen. Okay. Na, das muss man ja auch erstmal wissen, Freunde. Wer bist du denn hier? Rania-Pflanze, oder? Oh, Alter. So mal. Quietsche-Pflanze. Oh, Alter. Ich erinnere mich ein bisschen an die... Oh Gott, wie hießen die denn noch in Harry Potter? Diese Kreisch-Pflanzen. Alraune. Genau, Alraune hießen die Pflanzen. Schwertfisch. Ist das eine Waffe? Oh, Schwertfisch und Plünderring. Okay, wir gucken. Schwertfisch. Ein riesiges Holzschwert, das nachher Fisch belandet. Okay, macht Sinn. Und... Geschwindigkeitsgürtel haben wir auch. Okay. Plünderring. Ah, ne, das bringt uns alles nix. Das ist Blödsinn. Dann soll's hier oben also weitergehen. Geheimes Zau... Zauberlabor waren wir hier nicht schon? Oh. Oh. Das ist Dominique. Oh. Und Alfred? Das war dein Verwachen, Exorcist. Tja, da guckt ihr doof, ne? Tja, 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 tja! How was all that about your parents? Re... I don't want you to get the wrong idea, so I suppose I had better tell you. My parents were exorcists... like me. Aber während des Dämonen, zehn Jahre vorhin, wurden sie in der Kriege getötet. Also habe ich meine Gründe für Dämonen lieben. Und diesen Böden... Entschuldigung. Sie müssen uns alle lieben. Ich lasse die Hatsache vorhin. Alles, was jetzt interessiert ist, ist, dass ich die Liebel-Logaiath und es nicht mehr so benutzei. Aber... Wieso ist... Okay, verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber waren wir nicht schon im geheimen Zauberlabor? Nein. Wieso kommt mir das denn so bekannt vor? Also vom Titel her. Oh, lol. Das sind mal Guillotine. Verließe. Oh. Alter. Okay, hier geht's raus. Alter, was... Was hat denn hier gerade so krass reingehauen, dass ich auf einmal schon so viel Damage habe? Jeebles Bemühungen hat uns eine große Menge Scherben verschafft. Jetzt, da die Kinder gut ausgebildet sind, sind unsere Scherben-Bindeexperimente ein großer Erfolg. Vor allem eines der Mädchen, Miriam, scheint unendliches Potenzial aufzuweisen. Sowohl wenn es darum geht, wie viele Scherben sie beherrschen kann, und zu welchem Ausmaß. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann haben wir endlich genug Kristalle, um die große Dämonenbeschwörung durchzuführen. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, aber bald sind wir wieder am Ende angekommen. Mein alter Freund stellt sich weiterhin gegen das Ritual. Doch um Großes möglich zu machen, müssen wir Großes opfern. Das ist das grundlegende Prinzip der Alchemie. Äh, ja, okay, wir haben jetzt hier einige Wege. Ich tendiere ja wie immer erstmal dazu, Rechtseis abzuklappern. Und was auch gar nicht so verkehrt ist, glaube ich. Was ist das hier? Das ist ein elektrischer Stuhl, oder? Was passiert, wenn wir hier wieder unsere kleine Trulle haben? Offensichtlich nichts. So. Dann gehen wir unten weiter. Boah, Alter. Das sieht ja hier, das ist ja... Ist das eine Boss-Tür? Das ist eine Boss-Tür, oder? Mhm, Speicherraum, gut. 68% haben wir schon gesehen vom Spiel, okay. Aber wir gucken jetzt nochmal hier oben längs. Ach, komm schon. Ähm... Ja, hier oben. Boah, Alter. Teleport, okay, cool. Ja, denn... Nützt das ja alles nichts. Dann werden wir jetzt in den Speicherraum gehen und dann Richtung Boss. Was auch immer uns da vom Boss erwartet. Das machen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Ja, das machen wir in dieser Folge noch. Okay. Gut, Freunde, dann geht's auf. Ich will nichts... Damage bekommen vorher. Äh? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, das wollte ich gar nicht. Müll! Alter! 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 Was ist denn denn für ein Attack drauf hier? Oh! Oh! Au! 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 Die scheppern uns ja hier richtig durch die Gegend, ey! Erstmal ein Appelsaft und ein Spiegelei. Ja! Au! Au! Was war das? Oh, das war das! Au! 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 Wow! Wow, fast! Au! Oh, der hat wieder reingehauen. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein! Yes! Schattensucher, erschaffe einen Schatten- Schatten-Doppelgänger. Nice! Ich wollte gerade sagen, das war so ein bisschen wie unsere Doppelgängerin hier, die Truller. Was war das für ein... So eine ist es, ne? Wie habe ich die denn noch ausgelöst? Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Auf jeden Fall. Werde ich speichern und bevor es weitergeht, müsst ihr noch euch etwas gedulden und zur nächsten Folge von Blutzen Ritual of the Night wieder einschalten. Und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Ihr seht es, der Chat ist ziemlich leer heute Abend. Kommt gerne vorbei und begleitet mich bei meinen Let's Plays live. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dahin!